Hallo liebe Gitarrenfreunde, ich bin der Bernie Geil aus der Gitarrenabteilung. Ich zeige euch heute hier eine ganz besondere Gitarre, eine Gibson ES359 im Perlham Blue. Das Besondere an dieser ES359 ist die blaue Lackierung Perlham Blue. Metallic, sehr, sehr schön gemacht. Geeignet ist die Gitarre für alle Stilrichtungen, Blues, Jazz, etwas Funk geht natürlich auch. Hört sie euch ganz einfach mal an. Das Besondere an der Gitarre für alle Stilrichtungen, die Gitarren der Gitarrenin von gefährlich sind. Du kannst auch sein Gitarren abschließen. Wenn du dich ein Wunder pflegen, muss den Balance anbokate befinden. haben. Schaut ganz einfach vorbei. Wir würden uns freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Oder schaut euch hier auf unserer Homepage noch etwas die anderen Videos an. Vielen Dank. Tschüss.